ist. Ich verstecke mich mal hier. Hm, das war da. Kann ich mal schwer sagen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Da sehe ich noch einen. Das ist jetzt in Sicherheit gegeben. Ich habe es aus meiner Sicht weiter. Gut. Stimmt er jetzt? Da habe ich eine Bewegung gesehen. Ich sehe auch ein Gewehr. Ich komme nur nicht hin, ihn zu treffen. Doch jetzt. Die Richtung scheint noch entgegnet zu sein. Und die Frage, wo? Oben. Unten. Unten ist aber unwahrscheinlich. So, ist die Frage. Haben mich alle Scharfschützen? Tja. Oh, hier wäre auch noch ein Landepunkt. Lande auf dem flachen Eisenbahnwagon. also hier. Tja. Ich wollte eigentlich da hoch. Wie komme ich da hoch? Ich komme da hoch, indem ich all den ganzen blöden Kram hier hochkrabbele. Habe ich noch geschossen gehabt? Wow. Sie sind hier auf einmal überall Gegner. Habe ich noch Licht? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist zum Letzten. Okay. Moment. Ne, der Waggon war da. Weiter jetzt! Wir sind doch nicht fertig! Dann bin ich noch mal auf dem Eisenbahnwagon. Obwohl das eigentlich recht ungünstig ist für mein Bildschirm. Und die Sniper sind auch da. Zwei von fünf. Da rein will ich irgendwie. Vielleicht kriege ich es ja noch hin. Zumindest ist jetzt ja eine Panzer zerstört. So. So. Richtige Seite. Okay. So. Da waren noch Scharfschüsse. Da müssen wir uns ja umdenken. Hinten im Container waren welche. Da ist einer drin. Ob ich den von hier aus erwische. Da ist natürlich einer. Verdammt. Okay, jetzt habe ich ihn. Ich habe den Sniper dazu bekommen, sich zu bewegen. Ach, verdammt. Jetzt ist er tot. Und drüben auf dem Dach war ja noch einer. Sehe ich von hier aber nicht. Aha, das hatte ich schon mir fast gedacht. Aber es blockiert so ein Müll. Jetzt komme ich ja gar nicht hoch. Ja, da hinten ist noch einer. Und nicht zu vergessen, die hinten im Waggon gibt es auch noch. Überraschung. Hier gibt es auch keinen. Doch, hier gibt es eine Leiter, aber die führt nicht weiter nach oben. Schade. Jetzt kommt der Sniper auf dem Dach. Dachte ich mir zumindest. Ja, da ist auch noch einer. Ah, schön. Damit sollte ich das Schlimmste an Snipern haben eigentlich. So, wo sind sie? Da war einer. Okay. Ach, in dem Waggon hier nebendrin sitzt ja auch noch einer irgendwie. Wenn ich da durchschießen könnte, was ich leider nicht kann. Würde ich eine Schrotflinte nehmen und so lange draufballern, bis das ganze blöde Ding kaputt ist. Okay. Dann sind wir natürlich ganz schlecht durch den Rauch. Den ich auch noch selbst verursacht habe. So, mein Lieber. Alles auch geklärt. Hier habe ich auch noch mal zu reden. Was zum? So, wollen wir noch mal sehen. Wo habe ich denn einen übersehen? Wo habe ich einen übersehen? Verdammt, 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 verdammt. Ich sterben. Keine Ahnung, keine Ahnung. Nur das andere Ziel. Vorbereitungen, alles okay. Yes, sir. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich muss da runter. Oh, fuck, wo kam das hier? Ich sehe mich. Richtig. Oh nein, ich muss ja zurück sein von dem Schein! Das könnte nicht genau so gut einer schießen, aber... Ich habe etwas Glück. Ich bin dabei, dass ich nicht draufgehe. Ist da noch einer? Da! Komm, halt deine Hand raus. Eine Sekunde. Ich kann doch bestimmt... Kann ich nicht, aber ich bin schon mal in einer besseren Position, um ihn zu sehen. Wenn der denn wieder da rauskommt. Ist er jetzt leider da raus? Oh, mitgegeben. Okay. Okay. Ich habe sie! Nach links sichern! Auf Wasser! Puh! Was ist das denn bitte für ein Schuppen? Ja gut, wenn man den hat, hat man auch einen ganz guten Überblick über das Ganze hier. Stimmt schon. So, jetzt geht's auf zum dritten Panzer. Panzer. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh Gott, dafür wird es so wenig Sterne geben. Es wird einfach nicht... Naja gut. Zu welchen... Anderen? An alle Luftlandeeinheiten, die mich hören können. Melden Sie sich am Westrand des Fabrikgeländes und warten Sie auf weitere Befehle. Diese Richtung... Also... Okay. Hier hatte ich mich doch schon mal durch eine Gruppe durchgeschlagen. Okay. Die ersten landen. Wieso? Wieso? Zur Hölle. Da kommen die hier immer wieder auf. Nein! Ohhhh... Es ist doch so unglaublich. Gehen hoch, schließen drei Schüsse, treffen gemütlich dreimal und dann ist es gut oder was? So. Der Einfahrt. Ich kann es ja nochmal probieren. Aha. Drei, genau. Okay. Von hier aus kann ich das ganz gut. Mhm. Ah, verdammt nachladen. Endlich. Endlich funktioniert das mal einigermaßen. Ich hab ihn erwischt. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen neblig da hinten. Gut. Den hab ich getroffen. Ja, das war auch ein Treffer. Auch wenn ich kaum was erkannt habe. Ja. Ja. Erst nachladen wir. Mist. Wir haben noch ein bisschen mehr weggestickt als die anderen. Dann. Ja. 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 Aber der muss schon einmal abgeh in der Gelände gehen gehen. Ja. Ja. Ja.